Hallo, grüß euch! Passend zu den heißen Temperaturen frage ich heute, was hältst du von Flipflops im Büro? Top oder Flop? Untertitelung des ZDF, 2020 Zur heutigen Umfrage kann ich sagen, dass die meisten Leute nichts dagegen haben, wenn man Flipflops im Büro trägt. Aber es kommt natürlich auch auf die Art der Flipflops drauf an. Ich freue mich aufs nächste Mal. Fiat euch! Grüß dich, du hast die Zeitung mit! Ja, freilich! Danke! Opa, Opa, du bist in der Zeitung! Na, tauscher! Oh, sogar ganz vorne raus! Habe ich auch schon gewusst, dank meinem Bezirk.at Bezirksblätter Salzburg – Wir sind bei dir zu Hause!